Yo, liebe Malonzo Gang, heute reagieren wir auf Freddy Krüger von den Bösen Onkels natürlich. Das habe ich vorgeschlagen bekommen von einem Zuschauer, den werde ich jetzt hier einfach einblenden. Vielen lieben Dank an dich. Natürlich habe ich mir das Video rausgepickt, was du mir unten in die Kommentare geschrieben hast. Ist mit einem Musikvideo, mit einem Freddy Krüger Musikvideo, was wir uns anschauen werden. Ich bin gespannt darauf, Leute. Einige oder alle von euch müssten eigentlich den Song kennen. Aber ja, Leute, ich wollte mich an der Stelle auf jeden Fall mega für die 550 Abonnenten bedanken. Vielen lieben Dank für euren Krankensupport. Lasst trotzdem nochmal ein Abo da. Gerne einen Daumen nach oben. Road to 600 Abos und irgendwann nochmal die 1000. Vielen lieben Dank. Und schreibt auf jeden Fall weitere Titel in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Okay, Leute, jetzt starten wir rein. Ich bin gespannt. Volle Qualität natürlich, ne? Ist gut. Das Lied ist aber auch Hammer, ey. Sehr böse. Ich würde auf diesen Schlagzeug stehen. Das hört sich aus. Diese Nacht hat schon einmal Leben. Ach du Scheiße. Yo. Boah, Alter. Yo. Der ist ein Freund von dir. In deinen Träumen kommen wir zu dir. Sieht sehr böse aus. Ah, ohne Witz. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Vorschlag. Das Musikvideo an sich ist mega cool. Also wirklich, da hat man schon Bock den Film nochmal zu schauen. Und vor allem die Musik da noch im Hintergrund. Die müssten das mal in das originale Freddy Krüger Film reinmachen. Als Soundtrack. Das würde ich fühlen. Ohne Scheiß. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Schlagezeug durch die Gitarre. Ohne Witz. Ach du Scheiße. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. wenn die eiligste Träume liegt, sieht schön fett aus. Schlagte der, oh man! Die Eiligste Träume, komm und disappear! Das Musikvideo war heftig. Mein Fazit zu dem Ding war auf jeden Fall mega heftig und mega krank auf jeden Fall. Aber ich fand auf jeden Fall, ja, die Musik kenne ich ja, aber das Musikvideo dazu und die Musik im Hintergrund dazu richtig, richtig Hammer und richtig gruselig und richtig, alter, brutal, Digga. Ich glaube, ich muss mir wirklich nochmal den Film reinziehen. Und ja, Leute, kommentiert auf jeden Fall weitere Titel in die Kommentare mit coolem Musikvideo, weil, Junge, auf sowas kann ich richtig heftig reagieren. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Vorschlag. Lasst gerne noch kostenlos ein Abo da, gerne einen Daumen nach oben für die 1000 Abonnenten. Ihr würdet mich mega unterstützen. Ihr wisst ja, im Community-Tab poste ich ab und zu mal was. Also schaut da ruhig mal vorbei, gründlich. Ja, also, ne, da wird ab und zu mal was gepostet für euch, Leute. Vielleicht andere Videos auch poste ich. Ich poste sogar auch andere YouTuber in meinen Community-Tabs, die mir selber gefallen und die auch was mit Böse Onkels natürlich zu tun haben, die ich euch empfehle. Und ja, schaut da gerne rum. Im Community-Tab habe ich da schon ein Video reingemacht. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Reaction-Video wieder. Habt jetzt noch einen positiven Tag geisteskrank, Leute. Vielen lieben Dank für den Vorschlag. Hammergeil.